Tatsächlich. Unser Geologe hat gute Arbeit geleistet. Nun können wir das Eisen, das er gefunden hat, abbauen. So, wir haben jetzt genug Wohnraum. Also die Kirche sorgt dafür. Was wir jetzt brauchen, ist halt Geld. Schön, dass es gerade regnet. Und ich bereit für eine weitere Predigt. Also müssen wir etwas warten, bevor wir wieder Leute... Wohl können. Ja, ich könnte hier noch eine Kuhweide errichten. Also hier. Ist zwar ziemlich nah an unserem Stadtkerne, aber wir werden wahrscheinlich die Basis eh nicht so groß ausbauen. Jawohl! Und wenn, haben wir immer noch mehr als genug Platz. So, Kühe müssen sich erst noch mal holen. Schafe sind genug da. Wie sieht es hier hinten aus? Das sollte ich noch weit fertig ausbauen. Ja, du verlangst doch Wolle. Du wirst doch Milch verlangen. Ja, ein Schaf fehlt mal wieder. Ja, du schreist doch billig. Das war auch klar. Oh, ihr habt wieder Kühe. Jawohl! Und wir haben auch fast das Geld zusammen. Das sollte eigentlich zuerst... Verstanden. ...mir das Eisen holen. Das ist übrigens die einzige Eisenbiene. Verstanden. Und ja, ich kann es hier bauen. Lassen wir Hakee mal... Ne, halt. Erst kaufen wir Kühe. Sobald ich das Geld aus der Kollekte und von den Steuereintreibern habe. Okay. So, da werden schon Schafe geschoren. Und sicherlich wurden auch schon Kühe gemolken. Ja, es wurden schon Kühe gemolken. Sehr gut. Jetzt haben wir noch mehr Kühe. Mal mit Hakee gucken, was es überhaupt kostet, die... ...unseren Steinbruch wieder aufzubauen. Wenn nicht, holen wir uns den Steinbruch hier drüben einfach. Ja, das kostet auch 250. Schon unterricht. Also es kostet standardmäßig erst mal 250 und wird mit jedem Mal teurer. So, die Käserei fängt jetzt auch mit der Produktion an. Da wird uns aus Post gebaut. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, eine Straße. Und eine Eisenmine. Ja, und ich würde ja langsam produziert. Wir bauen die Eisenbeete-Cats aus und warten dann erst mal. Ach, nö, lassen wir noch mal Speed. Trommel da. Ja, ich muss echt gucken, dass ich die vier Löwen loswerde. Ich brauche einen Trupp Bogenschützen, damit kann ich sie rausstackern. Und ja, ich könnte wirklich eine Räucherei mit Fisch versorgen, die ich hier oben im Kloster kaufe. Ich könnte dafür halt andere Sachen ans Kloster verkaufen. Also zum Beispiel ganz schön viel rüberschüssige Eigenreiter. Können wir nämlich eine Räucherei errichten? Ja, sobald die Leihers natürlich den Fisch gekauft hat. Also teuer ist der nicht mal. Jawohl. Alles klar. Wichtig ist, dass jetzt die Milch kommt. Und dass wir unsere zwei Tavernen errichten. Ähä, sehr viele neue Sachen hier. Und das hier ist auch neu übrigens. Wir können jetzt Brunnen errichten, wo wir wollen. Um Wege zu verkürzen. Könnten wir hier direkt vor der Kuhfarbe den Brunnen errichten. Brauchen wir allerdings jetzt gerade nicht machen. Weil bis zu unserem Hauptbrunnen ist es nicht weit für beide. So, da kommt unser Fisch. Das heißt, wir können jetzt eine Räucherei errichten. Da kommt unser Baumeister. Ja, unser Minenarbeiter. Besser gesagt. So, Tavernen ausbauen. Was brauche ich eigentlich für das nächste? Ach, noch eine Ausbau der Burg. Der war jetzt etwas zimperlich, weil er nicht wusste, ob er ausbauen sollte. Okay, Klamotten haben wir mehr als genug. Können die beiden noch ausbauen. Können dann auf der anderen Seite Badehäuser errichten. Dich ausbauen, damit wir Fisch kriegen. Und dich fertig ausbauen, damit wir mehr Eisen kriegen. Na komm, gehen wir mal Doppelspeed, dass es etwas schneller geht wenigstens. Und ja, das können wir nicht ausbauen, weil wir haben nicht genug Steine. Wenn wir Steine wollen, müssten wir an einen von den Steinbrüchen ran. Wir könnten auch den hier nehmen. Aber ich hätte lieber gern den da. Und für ein paar Baditen reichen die Soldaten, die wir da ausbilden können. Wie viele Squats wären das denn? Zwei sind zwölf. Sechs, sieben Squats. Ah, das reicht vollkommen. Wir brauchen dann nur langsam das Eisen dafür. Also ja, Käse kommt rein. Fisch haben wir noch ein bisschen. Sollen wir uns aber dann nochmal neu besorgen? Ja, Milch, Wolle ist alles okay. Verstanden. Oh, und wir haben jetzt mal genug Eisen, dass wir mit den beiden Schmieden anfangen können. Ich will dich so hinstellen, bitte. Was zur Hölle ist dein Problem, ey? So. So, Schwertkämpfer-Bohrschütz-Kasern. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und wir können wieder auf normale Geschwindigkeit stellen. Jetzt sind wir holzlos geworden. Wow, wir haben jetzt ziemlich viel Geld, ey. Jawohl. Können wir eigentlich gleich nochmal Fisch holen. Weil wir so viel Geld haben. Wir haben halt keine Ausgaben noch. Ach komm, bauen wir die gleich auf Maximum aus. Hier sieht es jetzt eigentlich mittlerweile mit Milch aus. Sieht okay aus. Wie ihr wünscht. Ja, ich wäre dann echt froh, wenn wir die Löwen hier wegkriegen könnten. Also hier mal vorsichtig drum herum bauen, dass wir hier die Farm hinstellen können und hier die ganze Fläche als Weidefläche nutzen können. Bischütz-Dies! So, und ihr beschützt Hakim. Und ja, ich weiß, für was wir bald Geld ausgeben könnten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich bin geklebt. Ich bin ja, ich bin ja! Ich bin ja. Und dann bist du auch mit Betätig. Ich bin ja. Und es ist wirklich gut. Und ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. Und ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja.